Was ist das an? Was, was, was? Nein! Ja, in die Augen, ja, in die Augen! That's the stuff! Oh, ich muss nicht mehr! Hey, der macht die Sachen, was du nicht machst, ja? On the morning! Lass dich gleich mein Höschen runter! Was bist denn du für ein stärker Junge? Oh, geil! Ich steh auf Leder und Ketten! Danach so'n samt'n Frotteeanzug! Ein Frotteeanzug! Den guten alten Zarkon! Hade, Leute! Ja, und das ist in dem Hexenpuff! Hexenpuff! Das sagt Zarkon nur, weil er noch nie die Bibliothek gesehen hat. Ich komme, der kleine Fette, der kommt da nicht hoch! Was heißt denn der kleine Fette? Ich kippe gleich klein und fett! Das kleine Kugel-Kugel-Kugel! Ah, das sind alles Muskeln! Oh, Alter, hast du nicht geschafft! Ich bin in dem Spiel gejoined, ja? Mein Stügel-Wurz ist wie ein enormer Zug! Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Doch! Kopf-Gener! Ich hab keinen Kopf! Halt mich hoch! Halt mich hoch! Halt mich hoch! Du Arsch! Nee, da hab ich mich immer nur gefragt, was du eigentlich in meinem Bett zu suchen hast! Nein! Du hast nur die ganze Zeit geschehen, fester, fester, höher, schneller, weiter, ja? Großen Fleischsäcke! Achso! Auf das hier hab ich mich gefreut! Ja! Ich mich auch! Ey, liegst du gerne oben oder unten? Komm, ab geht's! Rodi, Junge! Ja, die ist sowieso schnell frei, bin gut frei! Aber du hast bei der ziemlich viel Arbeit, ey! Da musst du sechs Beine spreizen, ja? Nicht nur zwei! Ja, bist gut! Das Thema ist nicht jugendfrei! Der ganze Akt ist nicht jugendfrei, was ist sie überhaupt? Ah, ja! Böse, böse Türchen! Die Tür klingelt! Doch, nein! Der gehört zu mir, wie mein Name! Nein, nein! Ach, wir sollten die letzte Erde aufmachen oder so! Geh einfach sterben! Ja, und jetzt? Dann kommst du weiter! Ich kann nicht sterben gehen! Du bist grad gestorben, du Held! Nein, ich weiß das nicht! Leute, mach mich fertig! Ja, wenn du einfach immer abhaust! Ich kann ja nicht mehr in den Hosen gestorben! Du siehst schon, ich komm dem Kneippleck nicht nach mit meiner Anrüstung! Dafür halt ich aber ein bisschen mehr aus! Er hat ein bisschen zugenommen! Es liegt an der Hose, weil du zu dicke Eier in der Hose hast, oder was? Ja, wenn du hier mal rumspielst, darfst du sie anstrengen, ja? Ja, ja! Dann kann ich auch nichts machen! Jetzt ist das schon wieder los mit uns! Ja, es hat nie aufgehört mit uns! Ich war nicht falsch! Du siehst schon wieder los mit uns! Ja, es hat aber noch nichts perché nicht mehr in die Hose! Ja, es hat nicht mehr in die Hose! Es hat nicht mehr in die Hose! Ich wollte das, oder was? Ja, ich wollte es noch nicht mehr in die Hose! Untertitelung des ZDF, 2020